Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wenn Bild und Ton entsteht, dann sind sie bei uns richtig, bei Live-Welt. Ob für Facebook, Instagram und Co. oder im Rahmen ihrer Pressearbeit, wir finden immer die richtigen Worte. Aber wir können noch viel mehr. Das ist scheiß heiß. Wir geben ihrer Marke ein Gesicht. Mensch Harry, heißes Outfit. Eine gute Idee ist immer eine Kreativleistung. Kreativität braucht Freiraum, Querdenker und Visionäre. Wir kreieren für Sie starke Inhalte für alle Medien oder für Ihr nächstes Event. Hey, Leute! Immer schön kreativ sein! In den Workshops, die wir gemeinsam mit unseren Kunden abhalten, wird nicht nur eine durchdachte Ziel-Idee-Weg-Analyse ausgearbeitet, sondern auch eine kluge Strategie entwickelt, die immer Bestandteil eines ganzheitlichen Konzepts ist. Bei Live-Welt ergänzen sich verschiedene Arbeitsbereiche perfekt. Von Consulting über Content, Kreation, Digital und Event. Uns kommt eben alles aus einer Hand. Natürlich beherrschen wir die gesamte Klaviatur der digitalen Welt und stellen unser Know-How unseren Kunden gewinnbringend zur Verfügung. Von Multi-Site-Homepages über kluge App-Lösungen bis hin zu Virtual and Augmented Reality. Oh! Hey Fabian, aufgewacht! Der Strom geht weg! Die Idee ist Bewegung! Unsere Events haben ein klares Ziel. Aktivierung. Wir inszenieren Ereignisse mithilfe von emotionalen und physischen Reizen. Und mit viel Gespür für die Details. Tommi! Nur gucken, nicht anfassen. Erfolgreiche Live-Kommunikation erzählt immer eine individuelle Geschichte zur Marke und Produkten. Nur so entstehen unvergessliche und emotionale Momente, die uns gern und lange in Erinnerung bleiben. Und? Wann dürfen wir Ihre Marke für Sie zum Leben erlängen? ÖVOL implfree! Wow! Ja, ja! Ja! Ja!